Ja, hi Leute, Mr. Semtex hier und herzlich willkommen zu einer klitzekleinen schnüffeligen, puffeligen, knuffeligen Runde Aram mit Abonnenten. Und zwar habe ich mir jetzt gedacht, ich möchte lieber mit euch zusammenspielen und zwar mit möglichst vielen. Deswegen dann so hier Private Game, Aram gegen alle und sowas. Als jetzt einfach nur stumpf, ja, eine Runde zu zeigen, mich einfach auf Topline da rumschimmel. Pitbull ist mit dabei, Steffi ist mit dabei und ein Haufen von euch sind mit dabei. Entschuldigung, dass ich jetzt nicht jeden Einzelnen aufzähle, aber ich habe hier gerade keine Liste und ich bin immer extrem schlecht im Namen merken. Aber die können sich ja mal kurz mal eben vorstellen. Ich habe den Gragas, ich habe den nobler Gragas-Skin, ich wollte eigentlich meinen Taucher-Gragas anziehen. Aber mal gucken, wie das Spiel so wird. Der geilste Gragas-Skin ist sowieso Oktoberfest-Gragas. Welcher? Trash, das kann doch lustig werden. Oktoberfest. Oktoberfest ist cool, ja. Weil das denn so eine Scheiße war, wie viele Deutsche. Geh nach Hause, hier. Stimmt, Trash ist lustig, aber alt kann ich graben. Ich kann nicht vor so ziemlich jeden Satz packen. Stimmt. Das sind echt keinen Token. Kann ich zumindest ein bisschen auf Distanz halten. Oh, da hat Median-Grab-OP. Oh, aber macht die mir so. Oh, da ist ein Rengar bei uns. Ich bin ein bisschen versoffen heute, ey. Ich finde, Rengar ist im Aram nicht ganz so cool. Wartab, bis er seine Hulti hat, dann weißt du. Ja, dann ist er geil. Aber vorher ist er relativ blöd. Weil du kannst nicht so heftige Gebüsch-Plays machen, wie auch vollgekluft der Beschwörer. Grab doch mal was oder tauschen wir noch im Game. Komm, gib mal Account-Daten. Am besten laut sagen, damit das auch jeder hört. Also an alle Abonnenten, ihr dürft den Account ab sofort, ne, nutzen. Also Pip-Uts Passwort ist... Nee, Eik. Ich krieg's Schwäsch-Pick. Komm, hier. Oh mein Gott, was ist da los? Was ist denn da los? Der Flash. Hooksini, mein Freund. Dammt, ich hätte auf AP gehen müssen. Oh, daran hab ich nicht gedacht. Oh, jetzt wird später so los, wenn ich meine Ulti hab und mich ein und auseinandernehmen soll. Ja, das wusste ich, wie die Leute mit meinem Bauchklatsch da tun. Die gehen im Temp durch, ne? Einfach so ne Global-Schuss. Ja. Uh, das Wap und so. Wie sie mich wollen, ey. Ohne Witz. Den armen Astrid, äh... Ja, ach, ne, ne? Die, die sowieso am schlechtesten spielen kann. Das ist schwerer, am Bot zu grabben. Jetzt mal ganz im Ernst, Freunde. Der war gemein. Hallo? Oh, 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 die Flash! Ich denk, wer den klauen wollte, Alter. Ich hab noch geflasht, um den zu kriegen, aber nein. Oh, 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 oh... Was geleg' ich denn zuerst hoch? Du? In E. Oder E. Josh? Nein, Q. Q ist seine Haupt-damagequelle. Ok, alles klar. Ah, warte, du, ist AD, ne? Ja. Ah ja, ja, dann Q. Auf AP wär's auch die W. Ja, ich weiß doch. Hier die Kusche, Sonny. Jo, dann die E und dann die W. Korki, keine Reaktion, Alter. Hä, das war absichtlich. Guck, siehst du, jetzt kriegen wir nen Kill da raus. Sag mir nicht, der war schlecht. Oh, das hab ich nicht bemerkt. Replace. Oh, da kommen die Hooks. Daneben geflogen. Muss wohl Ike sein. Kannst du es doch explodieren lassen, gell? Ja, ja. Ich will ja, wenn ich es nehmen lasse, dass ihr da nicht hingeht. Das ist ja mein Ziel. Weißt du? Was, Prism, jetzt explodieren zu lassen, wenn eh keiner da ist. Ne, ich dachte, du wusstest nicht. Nein, das weiß ich. Töfi, komm her! Bitte. Ich glaub, sie seh dich da nicht, Renka, oder was? Oha, nicht schlechter Infektor. Das ist mein Ulti. Blut. Ja, deswegen mach ich gerade gar nicht. Okay. Ich glaub, ich spinn's, ey. Fuck, wollte ich gar nicht. Ah, Fiora, Alter. Hast du doch mir geklebt noch, oder was? Bullshit. Ja, scheiße, Alter. Ich dachte schon, eigentlich bin ich noch weg, was hat ich jetzt noch gekriegt? Dann klebt da so eine Fiora an dem Arsch dran, halt. Fuck. Egal. Ich wollte noch jemanden haben. Ich hab schon mal einen Aram gespielt mit Gragas und bin Flawless rausgegangen. Aber da hatte ich jetzt zu dem Zeitpunkt jetzt auch schon ein gefühlte 20 Kills gehabt. Weil die extrem gammelig waren. Good job. Komm. Auf kein Passiv. Poppy ist passives. Ekelig, okay. Ein bisschen. Sehr schön, Steffi. Die war echt gut geschossen. Ist bei Arabia auch nicht so schwer, ne? Hab ich ja nicht so viele Möglichkeiten. Stichdoll, TvP Ja, die war richtig scheiße Die war echt daneben Ich geb mir jetzt meinen Bauchplatschen einfach nur für Pitbull auf Ich geb mir jetzt meinen Bauchplatschen einfach nur für Pitbull auf Aber denkt dran wir haben auch noch einen Rammustown einen Hoppyverschieber und einen Nazi E Ach, das heißt Charge Ja mein Zip-du-du-du Jaffi, du solltest hier das Healding nehmen Ja, ist ja gut Ist ja gut Bist du noch ein Tipp? Jaja Ja Ich bin wieder Oh, ich krieg's einfach nicht, wenn ich mal Cocky nicht Oh, geil Geiles Ding, ich hast ein Tor geschossen Oh Ah Wollt ihr dich haben, oder was? Wollt ihr dich haben? Pfffsssssss So 30 AP Ja und? Not the Wook Лows Man darf'n Gwagas noch nicht Tower Diven, Freunde Hab' man ne Bronze doch gelern, Pip Was? Ich wollt' ja nicht zu dir, ich wollt' ja zu Ari Zu irgendwem nur nicht zu dir Oh mein Gott Also ich brauche noch eine Weile bis ich Schaden mache 10 assists, jawoll Jaaaa Daaaah mann Oh Steffi gib ihr die Ult Der ist schon Steffi Jaa Steffi OP Aber man sieht Steffi gibt sich Mühe Hallo, guck, ich geb die Pech Guck, hallo, guck, ich, hallo, guck, ich Außerdem so schlecht steht die Runde gar nicht für mich, ja Hat doch keiner gesagt, oder? Jaa Also noch darf ich ein bisschen feeden Doch Wow Oh die Ult Das gibt's nicht, ne? Habt ihr das? Ja, haben sie wahrscheinlich gesehen Nein 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 Ehrlich? Oh Gott Oh Gott Blöde Ari Blöde Ari Ich suche mir das doch nicht aus Alter, reingehe, wieso kriegst du keinen Schaden, Mann Ich hab mich gehe Arschloch Ich gehe auf, ey Ich gehe auf, ey Guck Boah, sie wird dir ein sogar getroffen, Alter Als ich wieder vor ihm stand Eingeschwungen Steffi hast du ein Ulti, Fiora sieht ziemlich tot aus Mh-Mh Mh-Mh Das muss man sich eigentlich sonst noch mit Ramos kaufen. Rüstung mit Dornpanzer. Dornpanzer stimmt, Dornpanzer ist wichtig. Vor allem gegen das Team wieder, wo keiner von denen wirklich ernst zu nehmenden AD Schaden macht. Aber AD Schaden. Aber AD Schaden. Naja, Rengar, Fiora, Korki würde ich sagen. Wollte ich sagen, das ist relativ AD-lastig, ne? Achso, auf Ramos. Oh, ich fahr grad bis hin. What the f- Sört viel, Uwe, rastet aus. Hier, hier. What a kill. Alter. Alter. Wie die sich hochhielt, die Hure, Alter. Klimm, oder? Hoffe ich, Yoga. Yoga ist ja mal richtig zum Kotzen, ey. Pfff. Vor allem warst du gerade einfach vertossen und hast nichts, nichts ready irgendwie, was du gegen die Alte nutzen kannst. Steffi, Uld. Oh, die Hooks. Sauber, Sliffi. Nein. Nicht ein. Nicht ein. Alle einfach zu wenig leben. Ich meine, die Q trifft. Im Busch. Wöhööööööö. Vielen Dank. Da werden die Ahri-Skills ausgepackt. Ja, das Ahri-Aim. Okay, der letzte hat immer getroffen. Immerhin. Ja, der letzte. Immerhin. Miau. Ja, scheiße. Sehr schön. Sorry. Da werden die Ahri-Skills ausgepackt. Aus dem Gewicht rausspringen. Wie ich Fiora hasse, ne? Nein. Der Überdamage. Der Überdamage. Ich sag ja, Topsis passive ist okay. Warte, Back Battle. Ups, du hast die Gans gespawlen. Gib sie wieder her. Ah, was spawnen wir denn mal noch? Auf jeden Fall haben wir unseren Ehrentower sicher. Ich glaub ich muss langsam anfangen die Faker-Skills auszupacken. Jetzt will ich einen Fiora. Oh. Einfach dieses hin und her springen. Hinten und her. Hinten und her. Guck mal, jetzt steht er schon hinter euch. Ah, da kommt Fiora. Fiora ist im Aram ziemlich heftig, ne? Ich hab's nicht über die im Aram noch nie wirklich nachgedacht, aber die ist echt krass im Aram. Genauso wie Katharina eigentlich auch. Ja klar. Und Pippo kannst du nicht spielen, aber... Oh, Mann. Der Tower-Dive. Ja, Schiffen! So macht meine Maus das. Legt euch nicht mit Steffi an, Alter. Legt euch nicht mit Steffi an. Legt euch alle kaputt. Ich hab 23 Assists, was zur Hölle. Hast du gesehen, Ringer? Einmal zu nah ran, Alter. Quark ist halt der stärkste Support ever. Absolut. Aber ich hab ne ausgeglichste KD, deswegen ist das vollkommen in Ordnung. KD? Als auf Call of Duty Spiel. Hä? Kill Death Raid. Hast du hier doch auch. Ja, aber es ist so bei Call of Duty so ganz üblich das zu sagen. Ja. Hier auch. Oder zumindest in meinem Halo. Dann haben hier jemanden den neuen KD sagen gehört. Was? Wirklich? Echt noch nicht. Noch nie. Rate oder was? Was ist das denn für euch? Kill Todesverhältnis? Was? Was? Nein, das ist die KD. Bei denen guckst du nie irgendwie die Royals-Streams? Ja. Ja, die sagen ja auch KD. ADA eigentlich. Ah, festes Todesverhältnis. Diese Fiora-Ulti, ey. Boom. Was das widerlichste an der Fiora-Ulti ist, dass du vor ihr nicht wegkommst. Weißt du? Selbst wenn das Team sich danach spontan in alle Ecken auf der Karte teleportet, teleportet die sich bei jedem einzelnen Batze in die Gegend mit. Ich will immer Leute, die gecarried werden und dann tanzen. Warte, ich will meine Muramana noch mal vollstacken. Irgendwann so im Laufe des Tages. Da sehe ich dir was. Ich rede Hast du den nicht getroffen? Weiß es nicht. Oh, das war schade. Der ging doch mitten durch mich durch. Oh, keine Muramana für mich. Verdammt. Ich hab eigentlich so drauf gehofft, dass Ike jetzt jemanden in der Base hockt und dann so dumm ist und nochmal Kuh drückt. Oh mein Gott. Und sich da voll reinzieht. Da hab ich grad so drauf gewartet. Jura soll wirklich so viel Anstand haben, da stehen zu bleiben und sich noch einmal töten zu lassen. Von, wie haben wir das nächste Mal? Rammus. Go, go, go. Ach du, die Minions beenden. Die Minions beenden. Def doch! Als ob das Def mir jetzt noch was bringt, ey. Ich hab nur auf Jura getötet, reicht mir. Ja, Def hat noch was gebracht, siehst du? Der hat nur überlebt. Bis Renga jetzt ankommt mit seiner Ult. Nein, ich hab halt immer noch keine Muramana. Will dir drauf? Okay, wir dürfen das Spiel nicht beenden, bevor er Muramana hat. Genau. Das ist... Wie viel brauchst du noch? Äh... 20,6. Voll traurig. Ich trau mich wieder nur im Dreck zusammen. Geld ausgeben, YOLO. Geht doch EIGENTLICH. Geht, ja. Nicht kämpfen, warum, warum kämpft ihr? Lagas ist nicht da, ihr dürft doch nicht kämpfen. Naja, wir hätten irgendwann mal Cutter zu... Irgendwann spricht ihr weiter her, ne? Ich hab nur Romana. Ich hab nur Romana. Ja okay, gut jetzt. Finish. Nicht spenden, nicht spenden. Ich will noch ankommen. Ich will sie benutzen. Nein, schnell. Finish. Nein. Finish. Ich hab kein Flash. Jura, lass es. Oh. Oh, ich dachte, Pippo stirbt noch. Schade. Verdammt. Wär ich auch bei mir. Ja, meine Freunde. Also das war ne Runde Aram. Die, wie zu erwartend, durch Fiora gecarried und von Thresh fast versaut wurde. Das Schöne ist, dass Thresh die ganze Zeit widersprechen kann, weil sein Mikrofon kaputt ist. Kabelhutz, Alter. Also Thresh, wenn du schlecht bist, sag was. Sag nichts, meine ich. Sag nichts, genau. Sag nichts, wenn wir recht haben, sag einfach nichts. So, also jedenfalls, mir hat's ne Menge Spaß gemacht mit euch Leuten. Wirklich, hat mir ne Menge Spaß gemacht. Ähm, ich bin gerne wieder bereit, irgendwelche Runden zu machen. Liked am besten meine Facebook-Seite. Da kriegt ihr's immer mit, wenn ich irgendwas mache. Und, ähm, ja. Wenn ich irgendwas starte, so wie jetzt so ne Aramrunden oder sowas, kriegt ihr's immer mit. Ansonsten, wie ihr auf meine Freundesliste bei LOL kommt, ist ganz einfach. Immer welche Leute, die inaktiv sind, oder die mir nicht sonderlich auffallen, sag ich jetzt mal so, die schmeiß ich irgendwann raus und hol neue rauf. Und so ist eigentlich immer ein reger Wechsel drauf. So, ich bedanke mich mal für alle. Ihr könnt jetzt noch irgendwas sagen, wenn ihr's wollt. Aber ich sag schon mal tschüss. Bis nächsten Dienstag für die loyal Fans von euch. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.